So, äh, Moment. Okay, ich dachte, er wäre hier, aber ne, Xinsau ist da. Alles klar, in Ordnung, hab's mitbekommen. So, Xin, ne, du darfst sie hier nicht anschlagen, weil ich stehe hier. Alles klar? So. So. Dann hat nämlich der kleine Xin Angst und traut sich nicht mehr ran. So, in der Zeit töten wir die hier alle. La 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 la. So schön. Mit Mordekaiser ist es so einfach, verseilen und alles mögliche zu töten, das ist einfach herrlich. Ah, so, weg da. So. In Ordnung, sind wir raus aus dem. Und greifen wir mal hier an, so, und machen wir mal so. Schade, ich hätte jetzt mein Ulti draufpacken können, aber ich war zu lahm. Moment. Wenn er jetzt nicht weggeht. Na, er geht weg, schade. Weil ich dachte, er kommt nochmal ein Schritt zu mir. Schade. Ja, ich war jetzt echt grad zu langsam mit meinem Ulti. Das ist mein Fehler gewesen. Es tut mir leid, ihr könnt jetzt alle sagen, wow, what the noob. Wow, you have to be very more reactionary something like that. I don't know the word. Für schneller sein in Reaktionsdingern. Bla 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 bla. So, auf jeden Fall, also wir rocken hier trotzdem gut durch. Da ist der kleine Chogard. Hallo, kleiner Chogard. Na, wie geht's hier, kleiner Chogard? Ich geh mal nach oben. So. Me back. Okay. Mein kleiner geht also zurück. Ich hol mir hier die Geister vom Gegner. Und dann ist alles gut. So. Schön. Ähm, ja. Ansonsten kann ich jetzt noch irgendwas zu dem sagen, was ich hier verlose, wie ich es verlose. Ich glaube nicht. Es ist... Wow. Stealerin. On demand. Wahnsinn. Ähm. Ne, es ist eigentlich wirklich alles gesagt. Es ist alles auch sehr cool. Jo. Also, der Account gehört euch. Postet einfach ein sehr kreatives Video. Je kreativer das Video, umso... Wow, ich muss hier weg. Je kreativer das Video, umso... Wow, ich muss hier weg. So. Dafür dürfte die aber noch tot sein. Ja, wunderbar. Herrlich. So. Ich geb ihr mal das Schild. Mach mich jetzt schneller. Dann kriegen wir ihn nämlich noch. So. Der ist auch tot. Herrlich. So. Dann dürfte der hier auch gleich sterben. So. Der ist auch tot. Wunderschön. Das macht Spaß so. Also, so durch die Gegner durchzufetzen, ist halt... Immer wieder eine Freude. Sag ich euch. Eine unglaubliche Leistungsfreude. Ja, ich tanke jetzt einfach weiter in den Tower. Oder kriegen wir den? Na, ich tanke ihn. Nein. Minute Dingsbums tankt ihn. Jetzt tankt ein Vassal ihn. Wunderbar. Und wir kriegen den Tower. Alles herrlich. Alles perfekt. Und weg. Mie B. So. Toll. Also wir rutschen hier durch, als wenn es kein Morgen gäbe. Jam, 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 jam. Und das liegt nicht nur an Mordekaiser. Nein, es liegt auch an meinem Awesome Team. Schade, die Vassalen hätte ich wenigstens noch mitnehmen können. Aber egal. So, und jetzt nehmen wir uns noch mehr Leben und gehen, äh, nach oben. Ja, ich gehe mal nach oben. So, und da ich heute natürlich nicht ganz unvorbereitet bin, nehme ich mir jetzt auch noch ein Bier zur Brust. So, wir sind jetzt auch mittlerweile schon beim zweiten Video. Also, Leute, die es im ersten Video noch nicht gehört haben, ich verlose diesen Account hier. Mein Funk Royale, LP Funk Royale Account für Leech of Legends. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ich verlose ihn. Ich werde nie wieder darauf zugreifen. Es ist euer Geschenk. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach nur auf dieses Video, und zwar genau auf diese drei Videos, oder besser gesagt, wirklich auf das erste Video. Also, wir sagen wirklich auf das allererste Video hier von Leech of Legends, was ich hochgeladen habe, ähm, ein Antwort-Video posten. Und in diesem Video müsst ihr einfach nur irgendwas Kreatives machen. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Macht irgendwas. Zieht euch aus. Äh, zeigt mir eure Schwester, die nackig ist. Irgendwie hat alles was mit Nacktsein zu tun. Moment, da ist was falsch. Nein, auf jeden Fall macht einfach irgendwas, was Schönes, was ihr auf jeden Fall schön findet. Und sie ist nicht tot. Wow. Ähm. Irgendwas, was euch gefällt, wo ihr sagt, das kann ich. Darauf bin ich stolz. Fertig ist. So. Ähm, ja. Wenn ihr das macht, und der Gewinner dieses Videos wird auf jeden Fall, ähm, diesen Account hier bekommen. Auf jeden Fall. Das heißt, es ist nicht so eine Simon-Desu-Aktion von wegen, Joa, ich sag einfach mal, ich verlose was, und im Endeffekt kriegt dann doch niemand was. Ähm, nein. Bei mir auf jeden Fall. Versprochen. Ist versprochen. Und wenn ein Arsch gekrochen wird, der hat's gerochen. Äh, oder so. Keine Ahnung. Bla, bla, bla. So. Was machen wir jetzt? Wir probieren ein Ziel, den letzten Tower, den, äh, zumindest in der Middle Line zu zerstören. Das kriegen wir auch, glaub ich, irgendwie hin. So, machen wir hier einfach alles kaputt. Ich krieg ein Schild, sehr schön. Da unten ist Flops. Äh. Ah, die Gegner trauen sich grad nicht raus. Dann müssen wir ein bisschen auf Kragas vertrauen, dass Kragas mal irgendwann mit seinem Ulti einen rauswirft, weil dann würde ich auch alles von meinen Sachen drauf pfeffern. Aber ich wette, so doof sind die Gegner auch nicht, weil wir sind hier immerhin schon in einem, wow, etwas höheren Elo-Bereich. Aber naja, gut. Ach ja, übrigens, meine, äh, Elo-Punkte, äh, derzeit betragen... Ach, der Ton geht auf mich. Meine Elo-Punkte derzeit betragen, äh, 1300 oder so im Schnitt. So. Schön. Machen wir das auf die. Ach, schade, hat sich nicht gelohnt. Egal, ich geh einfach mal auf den Tower. Fertig. Geht auch rauf, Leute. So, zack. Danke. So, und ich hau ab. What the fuck? Hat er mich gefressen? Aber töte ich ihn bitte auch noch? Nein, ich... Doch. Gut, okay. Was, aber... Ja, er hat mich aufgefressen. Das hat so viel Schaden gemacht. Ach, verdammt. Ich dachte, er hätte schon davon Vasallen gefressen. Mein Fehler, mein Problem. Schade, schade, schade. Ansonsten hätte ich ihn ja noch bekommen. Aber er hat im richtigen Moment gut zugebissen. Schade, schade. Egal. Wir sind Mordegeiser. Wir stehen über solchen Dingen. Pah. Also bitte, pata, 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 pata. So. Auf jeden Fall, Prost, Leute. Ich hab natürlich ein Bier dabei, weil es ist halt... Eins meiner letzten, oder es ist auf jeden Fall das letzte LoL-Spiel auf diesem Account. Das heißt, wenn ihr dann diesen Account bekommt, dann werdet ihr dieses Spiel hier als letztes Spiel sehen. Als letztgespieltes Spiel. Ja. Die beiden Spiele davor mit MyFeed bitte ich nicht zu beachten. Ja? Da hatte ich in jedem... Von jedem der beiden Male Lever. Lever sind... Okay. Genau. Muss man halt auch noch dazu sagen. Macht halt Spaß jetzt so ein bisschen über LoL zu reden. Wann kann ich das sonst machen? Ähm. Lever bedeutet, ähm... Dass jemand das Spiel absichtlich verlassen hat. Also... Ja. Dass einer von der eigenen Seite sich selber gedacht hat, so... Ja, ne, ich geh lieber raus. Äh, bringt nix, ne? Äh, ja, ich lass lieber mein Team in Stich und sag mir, ich kann's besser, aber ich zeig's nicht, weil ich lieber das Spiel verlasse. So. So. Was anderes, was sehr schön, in Anführungszeichen, schön an LoL ist, ist die Tatsache, dass es in diesem Spiel eine sehr dumme Community gibt. Nämlich die, dass es keine gibt. Ähm. Inwiefern will ich das erklären? Und zwar insofern, dass es in diesem Spiel entweder den Begriff Noob oder den Begriff Pro gibt. Also, man ist entweder eins von beiden. Entweder heißt es YouNoob oder YouPro. Ja, was anderes wird es nie geben. Und das finde ich ein bisschen schade, weil in Spielen wie zum Beispiel StarCraft 2 wird einem allein schon bei einem normalen Bot-Spiel, also wenn man gegen computergesteuerte KI spielt, suggeriert, du musst am Ende eines Spiels GG schreiben. Weil das macht der Computer-Gegner auch. Der schreibt GG. Ja. Hier bei LoL ist es nicht so. Hier sagt dir einfach nur der Gegner, hä? You fail a lot. I beat you. I'm so fucking pro. Fuck your mother. I hope you die on cancer. Oh fucking noobless. Blablabla. Ja. Und wenn man mal gut spielt, dann heißt es von der anderen Seite, you're playing an Opecha. No wonder you win. I hate you so much. Die on cancer. Your mother is a bitch. Lala. Ja. Und sowas. Also andere Sachen gibt es in diesem Spiel nicht. Man kann es einfach nicht hinbekommen anscheinend, dass es jemals schön wird in diesem Spiel. Nein. Es muss immer assi sein. Es muss immer blöd sein. Ja. Und wer oder was jetzt im Endeffekt daran schuld ist, kann ich nicht sagen. Es ist einfach die Community, die zum größten Teil wirklich aus Kiddies besteht. Ja, ich spiele dieses Spiel und ich bin halt auch selber ein Kiddie. Deswegen. Gut. Nehme ich so in Kauf, diese Tatsache. Aber. Trotzdem. Es muss nicht sein. Also stellt euch auf viele Geflame ein. Vor allem mit dem Namen Funkroyal. Da flamen gerne mal alle Leute. Warum geht sie ja unbedingt auf ihn? Mann. Sie hat doch ruhig auf den Schwächeren gehen können. Da steht sie die ganze Zeit im Busch. Macht absichtlich nix. Naja. Was soll's. So. Hier nochmal getroffen. Ah. Sie dachte, sie erwischt mich besser. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Nein. Ich bin Mordekaiser. Ja, ich werde in Luft geworfen. Mir egal. Ich warte jetzt hier einfach mal ein paar Sekunden. Darauf, dass vielleicht irgendjemand kommt. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Wir tun so, als wenn wir weg wären. Bla, bla, bla. Bam, 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 bam. Oh, warum? Okay, ich bin komisch gelaufen. Mir egal. So, ich hab ja mein Schild. Alles cool. Report Flops. Ja. Flops war irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was Flops war. Ja, den hab ich. Den hab ich auch. Gut. Hm? Nein, den einen hab ich selber nicht bekommen. Oh. Schade. Keine Doppeltötung für mich. Män. Oh, aber ich dachte. So, das weg. Warum? Okay, meine Tasten klappen sehr schlecht, wenn ich aufnehme. Das ist sehr eigenartig. So, der Xen. Und jetzt. Komm, wir gehen rauf. Ja, und der Turm geht natürlich auf mich, weil der eine Vasaal war noch einen halben Zentimillimeter weg davon. Verdammt, 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 verdammt. So. Auf jeden Fall, dieses Spiel haben wir haushoch gewonnen, wie wir sehen. Ja. Da gibt's kein Biegen und kein Brechen. Also einfach mal gewonnen, gewonnen, gewonnen. Ähm, ne, Övelin, Övelin, ich würd abhauen. Ja. Was willst du? So, angettschen. Fertig. Ich möchte mal wieder langsam wieder einkaufen gehen, weil ich schreib einfach mal, me back. So. Dann wissen's alles. So, jetzt trinke ich endlich mal auf euer Wohl, meine lieben Abonnenten. Denn ihr könnt ja diesen tollen Account gewinnen. Oh, man sieht grad die Flapsanzeige. Jetzt nicht mehr. Was kaufen wir uns denn? Noch mehr Magieverteidigung oder noch mehr Rüstung? Normale, äh, äh, Schleier der Todesfähigkeit, Schutzengel. Schutzengel ist eigentlich immer lustig. Vor allem, wenn sie mich jetzt schon so schlecht umbringen können, dann wird's dann noch beschissener für sie. Sehr schön. Aber sie haben schon aufgegeben und wir haben gewonnen. Wunderbar. Leute, ihr könnt diesen Account gewinnen. Antwortet auf dieses Video, auf das allererste davon oder auf dieses mit einem kreativen Video. Ich wünsche euch sehr viel, sehr viel Erfolg dabei. Ihr gewinnt meinen Account. Viel Spaß. Ich hab euch lieb. Wie immer, fang Royale. Over and out.